Francesco Durante war ein italienischer Komponist des neapolitanischen Barock-Leben. Durante erhielt seine musikalische Bildung in Neapel am Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo durch Getano Greco und am Conservatorio di Santunofrio a Porta Capuana durch Alessandro Scalati. Später widmete er sich, nach einigen Studien in Rom, einem gründlichen Studium der Meisterwerke der römischen Schule und wurde um 1718 zum Direktor des erstgenannten Conservatoriums ernannt, welchen Posten er 1742 mit dem des Direktors des Conservatorio di Santa Maria di Loreto vertauschte. Aus seiner Lebensgeschichte ist bekannt, dass seine der Spielleidenschaft frönende Frau einmal seine sämtlichen Manuskripte verkauft hatte. Durante brachte aber alle seine Kompositionen aus dem Gedächtnis wieder zu Papier. Sie sind heute in 62 Bänden im Pariser Konservatorium verwahrt. Werk Durantes Kompositionen gehören nur der Kirchen- und der Kammermusik an und bestehen aus zahlreichen Messen, Hymnen, Motetten, Oratorien, Antiphonen und weiteren Werken, die meist für vier Obligate stimmen und in dem damals neuen konzertierenden Stil geschrieben sind. Sein Hauptverdienst besteht darin, als Lehrer wie als Schaffender-Künstler die Traditionen der römischen Schule des Palestrina für die italienische Kirchenmusik erhalten zu haben und zwar in einer Zeit, in der dieselbe bereits Gefahr lief, von der Oper überflutet zu werden. Aus diesem Grund verdiente, neben Leonardo Leo und anderen Komponisten wie Giovanni Battista Peggolesi, Niccolo Pecchini, Niccolo Giomeli und Giovanni Paisiello, Ignacio Fiorello unter den führenden Vertretern der Neapolitanischen Schule genannt zu werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.